Na? Krach. Okay, wir sind im wahrsten Sinn des Wortes in der Nussschale gelandet. Äh, okay, wir fahren den Fluss hinab. Oh ne. Och ne. Oh verdammt. Okay, wir fallen. Ihr habt's verstanden, oder? Wir fallen den Wasserfall runter. Das ist ganz schlecht. Tja, was nun? Stunden später. Möwen. Wir sind an Land getrieben, okay. Wir leben noch. Da ist ein Schiff. Ein großes, altes Schiff. Oh, aber schon ewig gestrandet. Mhm. Och scheiße, ich bin alleine. Oh, nun weiß ich, wie sich der Typ in der blaue Hai gefühlt haben muss. Ich hoffe nur, dass der Hai ausbleibt. Ähm, hm. Kein Zeichen von Valdi. Hm, Valdi? Wo steckst du? Ich sollte mich mal hier umschauen. Tja. Wir sind etwas gestrandet. Wir sind etwas hundelos. Das ist gerade ungünstig für uns. Wo sind wir? Hier eine Brücke. Oh, die Brücke hüften sind. Das ist ungünstig. Wah, wah, neue Gegner. Hallo, was bist du denn? Neue Spinnen. Und dicke, fast nackte Leute in viel zu enger Unterwäsche. Mit riesen Ankern in der Hand. Och, du große Kacke. Mit Glatzen. Mit Glatzen. Seht ihr das? Ich fühle mich wie im Darkroom. Och, nö, ich wollte doch nicht raus. Ich wollte doch nur ausweichen. So ein Scheiß. Na super, und jetzt hängt sie sich auch noch auf dabei. Na gut, dann habe ich wenigstens eine Ausrede, um es zurückzuspulen, dass ich drin bleibe. Naja. Ich war es nicht. Ich habe es nicht aufgehangen. Ich habe es genau gesehen. Hau mal ab, hau mal ab, hau mal ab. Und Roms. Er ist tot. Ich bin da auch noch. Spinnen. Sei tot. Hau ab. Roms. Oh, Roms. Was haben wir denn hier? Oh, Nektar haben wir gefunden. Tja, da ist eine Höhle, aber... Da ist eine Wand davor. Hier ist ein Seil, aber das bringt uns auch nichts. Und hier hoch geht es nicht. Also, hier lang... Sackgasse. Für den Moment zumindest. Hier hört sich ziemlich friedlich an. Ist das eine Stadt? Ich würde sagen, das ist eine Stadt. Wir können hier rein in das Schiff. Oh. Okay, hier gibt es noch mehr von den Typen. Die Schätze der Westküste sind wertvoll und rar. Der Herrscher von... Alle Lachemar. Der Herrscher von Alle Lachemar. Wohnt ihr auch in Alle Lachemar? Hat eine Belohnung auf sie ausgesetzt. Alle Lachemar. Jetzt sofort. Hier in Kreuzgrübel herrschen raue Sitten. Jupps, so heißt die Stadt. Kreuzgrübel. Doch die Jungs von der Westküste sind noch härter drauf. Wenn alle Lachemar. Bitte sag mir nicht, dass du auch nach dem Schatz suchst. Oder wir brauchen hier nämlich noch mehr Abenteuer. Teurer. Irgendwas. Es gibt Geschichten über einen wertvollen Schatz auf der anderen Seite des Flusses. Wenn ich meinen Schnupfen ausgerät habe, werde ich danach suchen. Vielleicht. Was bist du für einer? Diese Zeuge ist schrecklich. Mein Bruder Erwin ist der stärkste Mann weit und breit. Irgendwie tut er mir leid. Ja, armer Erwin. Hau ab, du Schöss. Ich muss mich konzentrieren. Was ist? Möchtest du? Möchtest du irgendwas? Möchtest du mitmachen? Nee, ich muss nicht mitmachen, bitte. Lass mich raus aus euren Spielen. Ist für recht so. Hm, wohin nun? Da drin war wohl anscheinend nix. Ah, hier geht's hoch. Hier gibt's Höhlen. Ah, Ende, oder? Nee, kein Ende. Ich hab verschiedene Dinge im Angebot. Dir mach ich sogar ein Sonderangebot. Wie kann ich dir helfen? Aha. Tja. Wie Geld wechseln. Ganz einfach. Wir sind in der zweiten Epoche angekommen. Wir sind nicht mehr im Stein-Zeitalter mit den Höhlenmenschen und so, mit dem Dschungel und so weiter. Wir sind jetzt, na gut, in nem anderen Zeitalter. Hier gibt's auf jeden Fall mal Piraten und die verwenden keine Krallen als Währung. Die verwenden Juwelen als Geld. Und das ist ein Geldwechsel. Hier kann ich meine restlichen Krallen einwechseln. Also, einverstanden. Der Gott des Konsums sei mit dir. Ich hab etwas Startgeld für hier. Und ich hab etwas Nektar. Verschiedene Dinge im Angebot. Was hat denn der? Hundekuchen, tja. Nektar. Nö, passt schon so. Sonst nix? Naja, ich hab mein Geld gewechselt bekommen. Ist doch auch was wert. Dann schauen wir mal hier lang. Okay. Auf der anderen Seite der Wüste befindet sich eine Stadt. Vielleicht gelingt es dir, Karin, den Geisterpirat, um eine Überfahrt zu bitten. Ah, ja. Wir müssen neu hier in den Krotzköbel, oder? Die Leute hier sind ganz nett. Auf der anderen Seite des Flusses sieht das schon wieder anders aus. Krotzköbel. Es gibt an den westlichen Ufern Schätze zu finden. Ich werde derjenige sein, der sie findet. Okay, noch eine Höhle. Die Leute hier sind doch, naja. Hallihallo. Willkommen in diesem Hotel. Ruhe dich doch aus. Koste ich nur 20 Steine. Also? Nö, danke. Mein Leben ist voll. Spielstand speichern wenigstens? Joa, das mache ich. Das mache ich. Auf Wiedersehen. Irgendwas hier zum Einstecken? Nö. Ah, doch hier. Was Wasser? Joa. Sonst nix. Na joa. Passt schon. So, das hier ist ein Aufzug. Den schauen wir uns später an. Hier oben steht einer und hält Ausschau. Der interessiert uns nicht. Der Herrscher hat eine Belohnung auf die Schätze ausgesetzt. Ich suche auch danach. Aha. Wer wirst du? Seit dem Anstieg der Fluten haben sich nicht viele Leute hier verhört. Okay. Psst, hier drüben. Ja, bitte? Wer bist du? Was gibt's? Sei gegrüßt, Jüngling. Was kann ich für dich tun? In meinem Besitz befindet sich das Amulett des Karon. Für nur 10.000 Juwelen gehört es dir. Machen wir den Handel? Ja klar, so sehe ich aus. Okay, gut. Er läuft weg. Okay, hier haben wir das Lehm und hier... Hau ab. Er erzählte mir von einer riesigen Pyramide auf der anderen Seite des Flusses. Ja, ist schon recht. Nektar. Danke. Wüsten. Pyramiden. Mö? Was erzählt ihr für perverse Scheiße hier? Mö? Sauerei. Gehen wir. Was haben wir denn hier so alles? Und... Nix haben wir hier. So ein Scheiß. So furchtbar. Scheiß Bug. Eins, zwei, drei. Na? Ja, hat geklappt. Schon wieder der Magier, aber der hier ist nicht so freundlich wie der eben. Der hier ist ein Gegner. Ich sag Magier, weil... So sieht er doch aus, oder? Das ist dünn. Klapprig. Cape. Mit Kapuze. Zauberstab. Magier. Natürlich Magier. Was sonst? Bleib mir von der Haut. Bleib weg. Bleib weg. Hab dich gewarnt. Er lebt ja immer noch. Zwei auf... Mh... Einschlagen. Wollte ich sagen. Ich bin verseucht. Was? 73 Schaden. Oh Gott, bleib bloß weg von denen. Oh Gott, die Verseuchung tut dir auch sogar weh. Äh... Jupp, die tut sogar heftig weh. Leider haben Mick und Waldi nicht überlebt. Obwohl Waldi gar nicht da ist, aber naja. Wie viel... Fünf Krafthaft. Das ist nicht breit viel. Pfff. 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 Beim Zaubern verreckt. Ich muss weiter zurückspulen. Ich muss die beiden erstmal hier... Wie heißt der? Morbius. Okay. Die beiden mal so wegfetzen. Hier so. Und dann Krafthauch. Okay, der eine ist tot. Und ich werde geheilt. So, 44 Heilung. Mick erreicht Level 13. Jetzt bin ich auch toll vollgeheilt worden. Aber was soll's. Was haben wir denn hier sonst noch? Uah, geh weg. Geh bloß weg. Hier. Tja, da komme ich nicht ran. Hier oben ist nichts und hier ist eine Höhle. Was haben wir denn hier? Ah, ist es etwa... Sei gegrüßt. Toll, dass du die große Flut überstanden hast. Ich habe keine Ahnung mehr, ob ich den so gesprochen habe, aber... Ja, ja. Ich habe dein Boot benutzt, um auf dem Fluss vor der Katastrophe zu fliehen. Oho, das war sehr clever. Ich habe ein Sumpfrosenblatt als Boot benutzt. Hast du dich hier schon umgeschaut? Diese Welt ist ganz anders als die prähistorische, oder? Tja, ja, allerdings. Ich bin ein bisschen herumgewandert, aber ich frage mich, wo Valdi ist. Ob er schon wieder seine Gestalt verändert hat? Und wenn ja, wie? Gute Frage, oder? Schauen wir es uns an. Oho. Seht, den Windhund. Gluck, 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 gluck. Hallo, ich bin Brezelius, der Hausmeister. Ich schmeiß den Laden hier. Und du redest anscheinend mit Hunden. Du kannst auch noch ganz normal sein, Mann. Oder? Miau. Ein Windhund. Herrlich. Wer ist das? Wo sind wir her? Sie haben gerufen, Meister? Ja, Claudonius. Ich bin kurz davor, den nächsten Schritt zum Erlangen der ewigen Macht zu tun. Als mein Berater sollst du meine Bemühungen unterstützen. Hol mir die Diamantenaugen der Hundestatue. Aber, Meister, das Volk wird diese Aktion nicht gutheißen, solange der Heilige Hund nicht erscheint. Vergiss den Heiligen Hund Claudius, er ist nur ein Mythos. Sei nicht so naiv und glaub, dass der Köter eines Tages hier im Palast erscheint. Äh, ja. Na klar. Passt ja super. Meister, wir haben einen Gast.